Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Diamond-Painting-Video! Tada! Oh mein Gott, Leute! Neues Bild von Karat Art. Ihr habt es schon gesehen auf dem Thumbnail. Ich liebe es. Mal was ganz was Neues. Aber das ist so schön und ich sehe das jetzt immer mehr mit dieser Art von Bildern. Das sieht aus wie so eine Tarot-Karte. Ich finde es richtig, richtig schön. Die Farben gefallen mir auch sehr gut. End of Summer heißt die Collection. Das Bild heißt The Bee und ist von Ilona Romisvili. Ich habe noch nie ein Bild von ihr gehabt. Finde ich richtig toll. 40 x 45 cm ist das groß. Das finde ich schön. Dann kann man das auch mal noch gut zwischendurch machen. Jetzt so, wo sich der Sommer zu Ende neigt. Aber gestern und vorgestern war es nochmal richtig heiß, Leute. 31 Grad. Ich konnte nicht schlafen. Habe mich nur hier hin und her gewälzt. Oh, also es war schon heiß. Also richtig, richtig heiß. Aber heute ist es ein bisschen kühler, aber so schwül. Nichtsdestotrotz, ich freue mich und ich habe letztens eine Biene gerettet. Die war hier auf dem Weg gesessen und dann habe ich sie so hochgenommen mit so einem Stöckchen und habe sie in eine Blume reingesetzt. Also vielleicht gerettet. Sie tat mir leid. Ich hatte Angst, dass sie irgendwie platt getreten wird oder so. Habe ich sie zur Seite in eine Blume gesetzt auf einer Wiese. Also ich hoffe, das hat ihr geholfen. Die war aber sehr, sehr, sehr niedlich. Und letztens hatten wir eine, das war richtig cool, das war interessant für die Kinder. Die hatte die Beine voll mit Blütenstaub und das hat man dann richtig gesehen. Und die ist auf der Großen rumgekrabbelt und die hatte dann Angst. Da habe ich gesagt, du, nicht bewegen, die macht nichts. Das ist eine Biene, die ist nicht böswillig oder so. Und dann haben wir uns die Biene da genau angeguckt mit dem Blütenstaub auf den Beinen und so. Das war richtig interessant. Sehr cool. Das hier ist die Tarot-Kartenbiene. Ich habe wie immer einen Rabattcode für euch. Da könnt ihr sparen mit rosa Zehen. Es gibt super, super schöne Bilder, auch in der letzten Collection schon. Schaut da auch nochmal vorbei. Es geht los und zum Schluss gucken wir uns wieder die anderen Bilder der Collection an. Die sind auch richtig, richtig schön. Da könnt ihr schon ein bisschen was sehen. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das abkippen soll. Oh, das ist irgendwie das... Ich finde das so schön. Mit der Tarot-Karte, mit der Biene, das ist mal was anderes. Mit diesen super schönen Flügeln. Und die Farben gefallen mir. Die sind so ein bisschen nostalgisch. Und irgendwie das passt so richtig gut jetzt in das Sommerende, Anfang Herbst. Das ist nicht so herbstlich und nicht mehr so sommerlich, sondern so zwischendrin. Und ich finde das richtig toll. Auf der Leinwand hier ist das ein bisschen greller gedruckt. Aber wir gucken uns auch gleich die Farben an. Das passt sehr gut. Ich freue mich. Aber ich habe auch noch eins von der nächsten Collection, das mir auch megamäßig gut gefällt. Also richtig, richtig gut. Und da habe ich auch schon überlegt, ob ich das vielleicht... Aber ich könnte ja auch beides machen. Ich habe immer noch das Eis abgekittet. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber es ist auf jeden Fall in den Startlöchern. Und ich habe mir auch überlegt, vielleicht das Projekt 7 Tage 7 Bilder auch zu machen. Drei Stück habe ich schon abgekittet. Mal gucken. Vielleicht darf man noch eins dazu. Ich liebe es. Ich freue es aus. Wir gucken uns die Steine und das Sticker-Sheet an. Wir haben wieder Washi-Tape mit dabei. Dieses Mal mit den schönen Sternchen. Und blaues Herzchen-Wax. Das ist auch immer mit dabei. Toolkit ist keins mit dabei. Haben wir alle genug. Und ich bin froh, dass ich jetzt nicht noch eins rumliegen habe. Das gefällt mir eigentlich, dass ich dann da sagen kann, nee, reicht. Wenn ihr eins braucht, könnt ihr euch eins mit dazu bestellen. Aber ich brauche keins mehr. Deswegen bin ich froh. Alles, was extra ist, was ich nicht mehr benötige, das möchte ich auch nicht weiter beherbergen. Deswegen finde ich das toll und ist auch für die Umwelt viel, viel besser. Deswegen ist das Ganze auch nicht mehr in Folie nochmal eingepackt. Es ist im Karton. Das Bild ist in der Folie. Ich finde, das reicht. Wir haben das Sticker-Sheet. Das sieht so aus. Ich hatte das schon mal ausgepackt und angeschaut. Deswegen wundert euch nicht. Ich konnte nicht abwarten bei der süßen Biene. Ich finde die so, so toll. Richtig, richtig schön. Das ist so nostalgisch. Das ist so richtig special. Ich mag es mega gerne. Superschön. Eckige Steine. Die Größe ist auch wirklich super süß. Oh Mann, ich will das abkitten, Leute. Haltet mich nicht auf, bitte. Schreibt mir alle in die Kommentare, ja. Mach es, mach es. Keine falsche Bescheidenheit, bitte. Das Bild hat 42 Farben. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist strass. Das sind Crystals mit dabei. Drei Stück, Leute. Dreimal Crystals. Dreimal AB. Und viermal Fairy Dust. Also Sparkle Dust. Oh mein Gott. Und ich sag doch, das ist so ein nostalgisches, unscheinbares, so ein gediegenes Bild. Nein, da geht es ja nochmal richtig gut ab drauf. Ich bin gespannt, wo die Crystals hinkommen. Vielleicht in die Flügel. Das wäre richtig schön. Oder so ein bisschen in die Glitzer Sparkles. Das wäre auch schön. Wir gucken. Das sind auf jeden Fall die Farben, die Steine. Das hier ist der Hintergrund. Habe ich euch ja gesagt, ist auf der Leinwand ein bisschen greller gedruckt. Aber das ist die Farbe und die finde ich sehr gut. Das passt super. Alles so superschön. So ein bisschen, wie gesagt, in den Herbst rein. Mega schön. Das sind natürlich selbstklebende Sticker. Da unten könnt ihr es sehen. Die Special Steine. Da hat Karat Art wieder richtig Gas gegeben. Ich bin gespannt. Super schön. Oh mein Gott. Ich werde es abkitten. Aber das andere Bild. Oh, das ist auch so schön, Leute. Und da kommt noch ein... Ich lasse es. Es kommen so, so, so viele schöne Bilder noch raus. Schnallt euch an, Leute. Der Herbst wird wild. Ich packe die Steine aus. Wir gucken mal. Ist das hier... Ja. Oh mein Gott. So viel. Ist ja der Wahnsinn. Denn wir haben die 758 Fairy Dust Sparkle Dust. Das ist ja wieder passend hier. Heute habe ich mal ein bisschen in die Schminkpalette gegriffen. Ich hatte Lust auf so ein bisschen mehr heute. Genau. 758. Das hat so ein bisschen goldenen Glitzer. Das finde ich schön, weil ich finde, das passt auch dann wieder zur Biene. Ich glaube, das ist der Hinter... Vielleicht so ein bisschen im Hintergrund. Würde ich auf jeden Fall feiern. Weil das finde ich sehr passend. Dann haben wir noch, auch super cool, die 762. Und ich mache gerade ein Mystery-Bild von Karatat. Und da ist die Farbe auch mit dabei. Die ist richtig schön. So ein Grau. Dann haben wir die 827. Ein hellblau. Das wird in die Flügel kommen, weil sonst sehe ich da jetzt nichts mit Blau. Dann haben wir noch die 3827. Und das ist auch so ein leichtes Pfirsich-Orangetönchen. Finde ich auch super schön. Ich glaube, das hatte ich so noch gar nicht. Das hat auch ein bisschen goldenen Glitzer drin. Das ist cool. Und die anderen beiden Farben, die haben... Das hier, da ist so ein bisschen Blau-Glitzer drin. Und das hier hat weißen Glitzer. Also sehr passend auf jeden Fall. Dann haben wir die AB-Steine. Die 819. Das wird vermutlich sehr sporadisch eingesetzt werden. Sehr gezielt. Das ist... Da ist nämlich nicht so viel drin. Dann die 977. Auch so ein Orangetönchen. Ja, wahrscheinlich auch in den Hintergrund. Mal gucken. Dann haben wir noch... Ein richtig schönes dunkles Blau. Auch nicht schlecht. Die 3842. Da bin ich mal gespannt. Aber ich könnte mir das hier so im unteren Flügelbereich vorstellen. Da wird es so ein bisschen dunkler. Wäre auch sehr cool auf jeden Fall. Mal gucken. Und da bin ich gespannt drauf. Aber passt für mich. Und dann haben wir noch einen blauen Crystal-Ton. Die 322. Und das... Ja, das passt natürlich in die Flügel. Da so einen Ton reinzusetzen. Und dann haben wir noch... Oh, das ist auch sehr cool. Die 794. So ein transparentes Tönchen hier. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz, ganz leichtes, hellblühtes. Blau. Also so ganz, so ein Hauch. Nü. Ja. Aber überwiegend so transparent. Ich denke, das kommt in die Flügel. Das passt einfach. Und das hier ist auch so ein transparent. Und das hat so einen leichten Grünstich. Die 415. So ein grau-grünstich hat das mit drin. Auch sehr cool. Und dann haben wir hier noch die restlichen Steine. Das sind normale Steine. Harzsteine. Sehr, sehr gute Qualität auch. Alles in Sipptüten. Perfekt. Ich hole die Leinwand her. Let's the Pleasure beginn. Karat Art. Welliger, abgesteppter Rand. Und eine superschöne, flexible Flausche Leinwand. Die ist dieses Mal wieder ein bisschen weicher. Das finde ich sehr schön. Und da habt ihr das Bild. Guckt mal, wie niedlich das ist. Ich finde die Größe total gut. Da hockt man nicht so lange am Bild. Aber kann sich trotzdem ein bisschen verweilen. Und ich finde das auch eine schöne Größe zum Aufhängen. Für ein Event finde ich das richtig cool. Weil der Hintergrund ist Colorblocking. Dann hier in der Mitte ist auch nochmal Colorblocking. Und dann hat man so viele schöne Details. Und hier vor allem. Und hier, wo man sich so ein bisschen verweilen kann. Abschalten kann. Die Schrift finde ich super gut da unten. Das kann man sehr, sehr, sehr gut erkennen. Also richtig schön. Guckt mal, die schöne dicke Biene hier. Oh, ist das so süß, ne? Und das finde ich auch cool. Das ist so ein Mond. In einem Mond. Oder in der Sonne noch, ne? Da sind so Striche noch dran. Also das ist auch sehr schön. Da könnt ihr mal den Druck sehen. Mega, die Flügel. Richtig schön detailreich. Die Biene auch. Das wird richtig gut aussehen, Leute. Mega. Oh, ich werde das abkippen. Da kann mich jetzt nichts mehr aufhalten. Ich liebe das Bild. Ich habe das auch gesehen. Als ich die Auswahl bekommen habe. Ich habe das gesehen und dachte. Aber das ist es. Das ist einfach mal auch was anderes. Nicht das, was jeder hat. Nicht dieses niedliche. Das ist irgendwie was. Das ist so special. Und das ist auch so ein bisschen mystisch, ne? Mit der Tachokarte. Sehr, sehr, sehr cool. Gefällt mir. 42 Farben. Wir gucken jetzt mal, wo die Steine hin müssen. Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich fange aber mit den AB-Steinen an. So, gewohnheitsmäßig. Ich habe gar keinen Highlight-Ton ausgesucht. Ich finde die alle ziemlich schön. Aber ich glaube tatsächlich, dass das hier heute mein Highlight-Tönchen ist. Mit dem goldenen Glitzer. Das gefällt mir richtig gut. Und die Farbe auch. Ja, mag ich absolut gerne momentan. Richtig cool. Wir gucken mal. Die AB-Steine. Ich beginne mit der 977. Mit diesem Orange. Das passt. Das ist nämlich das Emoji. Dieses Gesicht-Emoji. Smiley. Wo haben wir das? Ach. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich hatte euch ja schon gesagt, dass es auf der Leinwand ein bisschen heller rüberkommt. Aber das ist ja mal krass. Und zwar kommt das hier hin in die Biene. Und hier. Oh, da bin ich aber jetzt mal wirklich gespannt. Hier, hier. Okay, cool. Hier. Da hatte ich so ein richtiges Muster hier so drauf. Auch sehr schön. Ich gucke mal nochmal auf dem Bild. Ja. Da kann man das sehen. Dass das so dunkler hier auch ist. Richtig schön gezeichnet. Ich kannte die Künstlerin noch gar nicht. Cool. Das hätten wir. Dann kommen wir zur 819. Das ist das Rosatönchen. Ich glaube, das kann auch inzwischen schon jeder auswendig. Das ist einfach nur das Symbol mit dem Strich. Ah ja, auch sehr cool. Und da hatte ich mir ja auch gewünscht, dass da Special Steine drin sind. Das ist hier. Das sieht so ein bisschen aus wie so Glitzer, so Sparkle-Symbole. Hier ja auch so ein bisschen. Das sind mehr so Kreuze. Aber hier so ein bisschen Sparkle. Und genau hier auch. Und das ist dann die 819. Das finde ich schön, dass das so ein bisschen leicht glitzert dann. Finde ich sehr cool. Und dann haben wir noch das kräftige Blau. Das ist das Symbol mit den drei Punkten. Und tatsächlich, das haben wir hier, hier und hier. Das finde ich cool. Da habe ich mir das ja auch vorgestellt. Passt auch gut. Dann geht es weiter mit den Spackeldast-Steinen. Die 3827. Das ist das hier. Und mein Highlight-Ton. Das werde ich mal zusammenfassen. Die 758. Das ist einmal das Symbol mit dem Prozentzeichen. Und dann mit diesem... Der eine Strich geht so und der andere so. Für mich ist das immer so wie Kung-Fu. Sieht das für mich aus? Mein Highlight-Töntchen. Kung-Fu. Das haben wir hier überall im Hintergrund. Also richtig cool. Der Hintergrund hier wird wirklich Color-Blocking, großflächig, Sparkle-Dust sein. Und das liebe ich. Das wird richtig schön aussehen. Hier unten auch nochmal. Hier. Richtig, richtig schön. Und das hellere Tönchen ist ja dann das Prozentzeichen. Das haben wir hier, hier, hier nochmal. Das rundet dann das Ganze ein bisschen ab mit den AB-Steinen. Und hier haben wir auch nochmal so ein bisschen von meinem Highlight-Ton mit drin. Aber so wie ich das Ganze jetzt hier überblicke, haben wir in der Biene gar kein Gelb so richtig, sondern so Ockertöne und so ein bisschen diese Orangetöne. Also alles schon so wirklich so nostalgisch getrimmt. Das wird spannend, dass das so ein bisschen alt aussieht auch. Also cool. Und dann haben wir noch die 762. Dieses Silbergrau, das ist richtig schön. Das hat so einen richtig schönen, dezenten Schimmer dann immer. Das sieht so richtig edel aus. Ich habe das ja jetzt gerade in einem Bild und das sieht immer richtig schön filigran edel aus. Das ist das Symbol, wo habe ich es? Das Dollarzeichen. Ich sage es ja, das ist immer so ein bisschen edel. Und das haben wir hier in den Flügeln. Auch das super passend. In Flügel sowieso passt sowas immer total gut rein. Und dann haben wir noch die 827. Davon haben wir ein bisschen mehr. Sparkeldust. Das ist das Und-Zeichen. Und wie vermutet, das haben wir auch hier. Hier ganz viel hier. So im mittleren Blaubereich. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Und dann zu guter Letzt kommen wir noch zu den Crystals. Absolut cool. Die 322. Das Blau. Ich denke, das schließt sich an. Das ist das Symbol mit dem Bäumchen. Das ist hier. Und hier zum Beispiel mit drin. Passt auch sehr gut. Dann haben wir noch den Transparentton mit dem Blaustich. 974. Das ist das Zeichen mit dem kleinen T mit den Ankern unten drunter. Und auch das haben wir hier in den Flügeln. Hier. Also hier so in diesem Bereich. Und dann hier unten. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Und dann haben wir noch das Transparent mit dem leichten Grünstich. Die 415. Und das ist das Symbol mit der Schleife. Und auch das haben wir im Flügel. Also die Flügel sind das absolute Highlight hier. So wie auch die Biene an sich. Und der Hintergrund so ein bisschen dezent. Dass das alles so ein bisschen glitzert, schimmert. So Tarotkarten sind ja auch meistens überzogen. Mit so einer Folie, dass das auch schön griffig ist. Passt auf jeden Fall. Und die Flügel sind das absolute Highlight hier. Richtig in Szene gesetzt. Aber so soll das auch sein. Weil die sind ja auch immer richtig besonders. Also das finde ich sehr cool. Richtig, richtig schön. Ich bin wirklich gespannt. Ich werde das direkt abkitten. Ich habe so Lust da drauf. Aber ich mache auch gerade noch das Mystery. Und ich habe nicht mehr so viel. Das möchte ich auf jeden Fall im September noch fertig bekommen. Da freue ich mich auch. Das ist so, so schön. Das hat so Spaß gemacht. Und die Qualität wieder so super. Deswegen habe ich richtig Lust auf das nächste Karatatbild schon wieder. Ich denke, dass das das auf jeden Fall werden könnte. Ich werde es auf jeden Fall abkitten. Aber ich habe auch noch das mit dem Eis. Und mal gucken, ob ich so eine Challenge mache. Ich gucke mal, wie ich vorankomme. Schreibt mir gerne mal, wenn euch das interessiert. Wir kommen jetzt aber noch zu den anderen Collections. Mal gucken, was wir da noch so haben. Auch zwei wunderschöne Bilder, die so ein bisschen ähnlich sind. Aber alle drei passen sehr gut zusammen. Weil die anderen beiden Bilder, das ist was mit Sonnenblumen. Und da passt die Biene natürlich auch super gut hin. Wo ich überlegt hatte, was ich auch super schön finde, ist diese Sonnenblume. Also dieser Kopf der Sonnenblume, der so ein bisschen schon runterhängt. Das heißt, der Sommer ist eigentlich schon jetzt fast vorbei und die neigt sich schon so dem Ende. Die blüht, also die äußeren Blätter sind schon so ein bisschen, dass die abfallen können. Man sieht auch schon in der Mitte, dass sich da was getan hat, dass man dann da auch bald an die Kerne kommt. Ich finde das richtig schön. Der Hintergrund gefällt mir auch gut mit diesem marmorierten Braun. Ich finde das unheimlich passend. Und dann die super schönen Grüntöne noch von dem Stiel. Und richtig schön. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass innen drin, also da sind ja die Blüten, die gelben. Und innen drin dieser braune Stempel, heißt das so auch bei der Sonnenblume? Keine Ahnung. Aber das könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass das dann auch so ein bisschen konfettireich ist. Und das ist auch so ein bisschen besonders. Das ist so ein bisschen mit rötlich auch noch. Und das Ganze so an sich irgendwie ist total stimmig. Also das Bild hatte mir auch super gut gefallen. Da habe ich überlegt, aber so eine Biene mit Tarotkarte, da dachte ich, das ist irgendwie total special. Und dann mit diesem Grün im Hintergrund, das hat mir super gut gefallen. Und Bienen mag ich auch gerne. Also von weiter weg. Ist nicht so bei mir. Also ist okay, aber weiter weg ist besser. Und dann haben wir noch eine Sonnenblumenfee vielleicht. Mit so superschönen Sonnenblumenkrone und schon so ein paar Eicheln noch mit dabei. Und ich glaube, das sind auch Blätter von der Eichel. Das ist schon so ein bisschen herbstlich. Und was ich auch mega, mega schön finde, die Libelle, die sie auf dem Fingersitzen hat, mit diesem glitzerigen Flügel. Also das ist so schön. Dann ihr Oberteil, das besteht, glaube ich, auch aus Blättern, so wie ich das erkennen kann. Auch wahnsinnig toll, Leute. Und ich glaube, dass es eine Elfe ist oder eine Fee, weil die Ohren werden hier so ein bisschen spitzer. Dann dieser Hintergrund im Bouquet, auch wahnsinnig schön. Also das ist auch ganz toll. Die Augen so gelb geschminkt. Dann so ein bisschen Sommersprossen noch. Also man merkt schon, das ist sehr, sehr, sehr stimmig. End of Summer heißt die Collection. Und ich finde, das passt alles richtig gut dazu. Ganz, ganz toll überlegt. Gefällt mir. Das war es jetzt mit der heutigen Collection. Vielleicht ist was für euch dabei. Schaut euch mal um. Die letzte Collection war auch mega, mega schön. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt da auch nochmal. Und generell gibt es ja sowieso super schöne Bilder im Karat-Azortiment. Ein paar habe ich auch noch auf der Wunschliste. Aber ich werde erst mal ein bisschen was abarbeiten. Aber ich bin schon wirklich gut dabei, auf jeden Fall. Ich habe viel geschafft dieses Jahr. Und da freue ich mich auch drüber. Weil jedes Bild hat unfassbar viel Spaß gemacht. Das war es jetzt mit dem Video. Denkt an den Rabattcode. Könnt ihr 10% sparen. Nicht nur auf die Collection, sondern auf alles, was es im Shop gibt. Das war es. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.